Moin bei Kugelbahn.de, heute geht es um Skytrecks oder besser gesagt um praktische Erweiterungen, die zu den vielen Möglichkeiten, die es sowieso schon gibt, weitere praktische Annehmlichkeiten hinzufügen. Viel Spaß! Ein paar der hier vorgestellten Teile sind schon aus älteren Videos bekannt, darum fange ich mit dem ganz neuen erstmal an. Alle Dinge, die hier jetzt zu sehen sind, gibt es im Kugelbahn-Shop zu kaufen, also schaut gerne mal rein, vielleicht winkt auch irgendwo im Video ein Rabattcode. Gut, starten wir mit einem ziemlich praktischen Stein, dem Basisstein für Skytrecks. Der sieht dem Original weitgehend ähnlich und hat natürlich auch alle Funktionen davon. Also ich kann die Konnektoren anstecken, die Slides anschließen, ihn auf andere Skytrecks-Steine oder auch normale Höhensteine stellen und selbstverfreilich auch andere Skytrecks-Steine auf ihn draufstellen. Aber in dieser Version ist er eigentlich komplett ohne Funktion, da das komplette Innenleben fehlt. Okay, die Kugel kann reinrollen und durch das Loch fallen, aber das war es dann auch schon. Praktischerweise ist die freie Fläche genau passend für die bekannten Gravitracks-Einsätze, also zum Beispiel dem Fänger zum Kugeln einfangen und rausleiten, dem Splash, um zum Beispiel zwei weitere Kugeln ins Spiel zu bringen und dem Freifall, wo halt die Kugeln durchfallen. Die Platten hier passen natürlich auch rein und dann habe ich ein Skytrecks-Ziel, auch wenn es ein bisschen schlecht funktioniert. Also jetzt ganz schnell Kauf halt, da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Denn da gehen natürlich noch weitere Einsätze rein, zum Beispiel diese Kreuzung mit den beiden Catchern dran oder diese Kurvenkreuzung mit einem Catcher oder eine Sechsfachkreuzung mit oder ohne Loch, immer gut zu gebrauchen auch, einen klassischen Kurvenstein. Welche Funktion würde euch noch fehlen, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier sind also Funktionen dran, die normale Skytrecks-Spurensteine nicht haben und die Einsätze sind eben im Basisstein flexibel einsetzbar. So kann immer das exakt verwendet werden, was auch wirklich gebraucht wird, um zum Beispiel den Splash im Skytrecks-System in einem normalen Basisstein zu verwenden, ist da deutlich mehr Aufwand erforderlich. Wahrscheinlich fällt euch auf, dass es hier bis auf das Loch in der Mitte keine Drops gibt, also die Löcher, die mehr zum Rand hin positioniert sind. Das ist durchaus beabsichtigt, denn Spurensteine mit Loch sind haufenweise da. Ich denke, es ist ein sinnvollerer Anwendungszweck, die Kugel auf der aktuellen Ebene zu halten oder eben mehr Möglichkeiten zu haben, die Kugel in der Mitte durchfallen zu lassen, um ins in Anführungsstrichen normale System zurückzukommen. Aber das war es noch nicht. Vielleicht kennt ihr die Flying Switch. Die habe ich zwischendurch mal ersonnen, weil ich für eine Weichenfunktion nicht groß umbauen wollte. Die Flying Switch wird einfach in die angrenzende Steine eingehangen und mit dem Original-Weichenteil verwendet. Klappt natürlich auch mit normalen Gravitracksteinen. Das ist schon cool, geht, aber sogar noch besser, nämlich mit dem Einsatz der Tunnelweiche. An dieser Stelle danke für den Hinweis in den Kommentaren. Hier das extrem schwer zu entfernende Dach abnehmen und schon ist das eigentliche Weichenteil so groß wie ein normaler Gravitrackseinsatz. Passt in den Squaltex-Basisstein und schon ist eine Weiche da. Ja, es geht aber noch ein bisschen weiter, keine Angst. Ich habe ja auch bereits einige Einsätze designt, wie zum Beispiel den Ballkicker, eine Art Splash für zwei Kugeln und den Curvecatcher, wo um das eigentliche Fängerteil noch eine Kugel drumherum laufen kann oder auch den Doublekick, mit dem zwei Kugeln sieben Höhensteine weiter oben ausgelöst werden können. Jetzt kommen wir aber so langsam ans Ende und zwar mit den beiden Kameraden hier. Die Kurvenmagnetkanone und die Climb Up Cannon passen natürlich ebenfalls hier in diesen Skytrax-Basisstein rein. Okay, über die Climb Up Cannon kann natürlich nichts mehr darüber gebaut werden, über die Kurvenmagnetkanone allerdings schon. Würde ich vielleicht nur nicht unbedingt unten im Skytrax-Turm verwenden, könnte beim Nachladen durchaus etwas umständlich sein, das Ding immer wieder komplett auseinanderzunehmen. Ebenfalls neu sind die Gravy Sky-Brücken irgendwie auch erst auf den zweiten Blick nützlich, denn so können Action-Elemente direkt neben Skytrax-Steinen eingesetzt werden. Das geht auf der gleichen Höhe normalerweise eben nicht, weil die Actionsteine nicht ohne Adapter auf die Skytrax-Steine passen und da muss immer irgendwie drumherum gebaut werden. Also bestimmt kein Must-Have, aber in manchen Situationen schon durchaus nützlich. Die Gravy Sky-Brücken gibt es in zwei verschiedenen Längen über drei und vier Felder. Dazu natürlich auch die Skytrax-Ebene, die ich ja auch bereits vorgestellt habe. Die Reverse Curves habe ich ebenfalls bereits vorgestellt, darum hier nur noch kurz der Hinweis darauf. Das Video dazu findet ihr hier oben in der Infokarte, verlinke ich aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Die Reverse Curves bringen die Kugel nicht eine Skytrax-Ebene tiefer, sondern auf der gleichen Höhe in den gleichen Stein wieder rein. Praktisch, um die Skytrax-Steine auf völlig andere Art zu nutzen. Auch die Höhensteine für Skytrax sollten bereits bekannt sein. Diese gibt es in drei verschiedenen Höhen, 0,5, 1 cm und 1,5 cm. Damit lassen sich gut die Höhenunterschiede überbrücken, die entstehen, wenn normale Elemente mit Skytrax verknüpft werden. Also so ein bisschen was wie kleine Gravy Sky-Brücken. Dann hatte ich noch probiert, Sortiereinsätze für die Skytrax-Spurensteine zu entwerfen. Die sollten passend für die Salmboxen von Ikea sein. Da hätten dann zwei von diesen Platten reingepasst und die Steine nach den Nummern sortiert werden können. Leider war mir erst nach dem eigenhändigen Kaufen einer Salmbox klar, dass Ikea die Maße der Box oben angebt und nicht unten. Also die Einsätze sind zu groß, beziehungsweise die Box zu klein. Doof. Die nächsten größeren Boxen sind leider dann schon überdimensioniert. Daher noch eine Frage, welchen Boxen verwendet ihr zum Lagern von Gravy Trax oder Skytrax? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr die her habt und ob überhaupt für so ein Sortiersystem Interesse da ist. Alle eben vorgestellten Teile sind natürlich erhältlich im Kugelbahn-Shop. Schaut einfach mal rein. Bis zum Freitag, den 17. Oktober, erhaltet ihr mit dem Code SKYTOBER 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und ab 50 Euro gibt es ja sowieso kostenlosen Versand. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr zu den neuen Sachen meint und was vielleicht sogar noch fehlen könnte. Demnächst gibt es noch weiteres, ist aber noch gerade ein bisschen im Test. Deswegen erstmal bis dahin. Bis zum Freitag.